Also gut, es gibt panzerbrechende Neuigkeiten, denn ab sofort übernehme ich den Job als Verteidigungsminister. Ab sofort ist Deutschland wieder so sicher wie ein Triple Booster. Es wird alles gut. Also zum einen gilt ab sofort wieder 3G, getrunken, gezielt, geschossen. Also schon eine Flasche Spätburgunder vor dem Einsatz im Feld führt laut wissenschaftlichen Studien aus Harvard. Also zu viel mehr Freude beim Kampf. So, aber genug Gespaß. Jetzt Butter bei die Lachsfische. Wir werden unseren Soldaten alle Waffen wegnehmen und ebenso alle Panzer einschmelzen. Denn der einzige Feind, also gut, das ist das Virus und das lässt sich nur mit Masken aufhalten. Und Gehorsam und sonst nichts. Also und ab sofort wird die Bundeswehr auch wieder in den Straßen patrouillieren, um euch in euren Lockdown zu zwingen. Also gut, ihr dachtet, der Karl merkt nicht, dass ihr keine Regeln mehr befolgt und euch der frischen Luft erfreut. Corona ist nicht vorbei. Morgen beginnt der Lockdown. Ihr könnt euch schon mal den Keller voll machen. In meinem Keller sitzt ja der Drosten. Der Irre meinte ja, die Pandemie ist vorbei. Ich sage mal so, wenn man genug Ampere auf die Leitungen legt, dann ändert plötzlich auch der seine Meinung. Also ich muss los. Ab schon wieder unter Pegel. guys in diesem Raum ist das gleiche Gaul. Ab schon wieder. Untertitelung des ZDF, 2020